Thürnberg gibt es unter dieser Bezeichnung jetzt schon seit über 20 Jahren. Der Muschelkalk in unserer Region im Zusammenspiel auch mit der Höhenlage bringt einfach immer so etwas kreidig Mineralisches in die Weine. Das ist auch das, wofür die Weine Falkensteins immer schon bekannt waren. Das heißt auch wenn die Weine von hoher Reife sind, haben sie immer wieder etwas Trinkanimierendes und einfach ein schönes, frisches Finish. Das ist das Besondere an dieser Einzellage. Wir haben in den letzten zehn Jahren mit dem Weingut Thürnberg eine wirklich beeindruckende Erfolgsgeschichte geschrieben. Die Basis für unseren Erfolg ist sicher ein toller Fokus gewesen auf die großen Exportmärkte. Eine Begleiterscheinung ist, dass wir nun aus allen Nähten platzen. Wir stellen uns im Wasser. Das Wort ist gegenseitig auf die Füße. Wir müssen Platz schaffen, Platz für Logistik, Platz für Keller und zu diesem Zweck haben wir den Club Thürnberg ins Leben gerufen. Eine tolle Gelegenheit, um dieses einmalige Projekt wahr werden zu lassen. Mit dem Club Thürnberg wollen wir ein bisschen das Rad der Zeit zurückdrehen und wir wollen das, was es früher gegeben hat, diesen persönlichen Kontakt zwischen den Weinkonsumenten und seinem persönlichen Winzer wieder aufleben lassen. Wir wollen, dass die Leute uns persönlich kennen, dass wir gemeinsam dieses Weingut entwickeln können. Und es ist auch für uns extrem wichtig, dass wir diesen persönlichen Kontakt haben, wo wir sofort den Feedback von den Konsumenten erhalten. Werden auch Sie Teil der Thürnberg-Familie. Wir freuen uns auf Sie! Wir freuen uns auf Sie! Ihr habt, mulheresada in dem Zeitdorf, wenn breit wurde, dass wir uns auf andeigen Möglichkeiten schauen. ролi sozusagen Scheibe www.belastutemse feinklart.com Untertitelung des ZDF, 2020